Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Monster gibt es nicht nur im echten Leben, sondern auch in der Filmwelt. Und deswegen haben sich die Movie Cannibals versammelt, um sich mal mit den Themen der Monster auseinanderzusetzen. Und dafür haben wir uns ein paar echte Highlights rausgesucht. Wir, das bin zum einen ich, der Werner. Dann haben wir wieder mit dabei den Till. Moin. Und der Sven ist heute nicht mit dabei, denn er ist kein waschechtes Monster. Er gehört zu den Engeln dieser Welt. Aber wir haben uns einen wunderbaren Ersatz gesucht, den lieben Zero. Grüß dich. Servus. So, ich würde sagen, da du das erste Mal jetzt bei uns dabei bist, bei den Movie Cannibals, sag uns doch mal einfach mal ein paar Sätze zu dir. Was schaust du gerne, was schaust du gar nicht gerne? Einfach nur, dass die Zuschauer wissen, mit was für einer Art Monster sie es zu tun haben. Ja, mit einem ganz Perversen auf jeden Fall, glaube ich. Es kursiert ja jetzt gerade der neue Teaser zu Terrifier 3 rum. Das ist so meine Art des Films. Ich, doch gewaltfährliche Filme, wo man aber trotzdem noch die coolen Practical Effects sehen kann. Da bin ich immer gerne am Start. Kam auch gerne mal in 70er und 80er rum, gerade im Horrorbereich. Was ich gar nicht mag, ist schwierig, Paw Patrol ist halt nicht mein Game. Okay. Ja, aber sonst gucke ich eigentlich wirklich alles durchgehend. Auch Arthouse ist letzte Zeit häufiger, gibt auch ein paar schöne Sachen, die man da entdecken kann. Aber eigentlich doch eher horroraffin und blutig und grausam darf es auch gerne sein. Ja, das klingt auf jeden Fall so, als wärst du bei uns dann genau richtig angesiedelt, oder? Was meinst du, Till? Es klingt so. Vor allem mit Terrifier 3 oder mit Terrifier kriegt man mich sowieso. Damit ist Zero gekauft und ich hab übelst Bock auf Teil 3. Okay, dann werde ich jetzt mal nicht zu laut sagen, dass ich mich da nicht so anschließen kann, was Terrifier 3 angeht. Aber das ist ein Thema für die Zukunft. Ich würde eine andere Frage in den Raum werfen und damit Till ein bisschen mehr zu sagen hat jetzt, würde ich mal fragen, was hast du zuletzt so gesehen? Hau mal raus. Also, am meisten gesehen habe ich tatsächlich das DLC von Elden Ring, deswegen habe ich nicht viel geguckt. Aber, ich gucke mal so, ich hab wirklich, alleine, dass ich vom 9. bis zum 13. Juli nichts geguckt habe, ich hab halt nur gezockt. Ähm, na gut, das ist doch die, ja absolut, es ist absolut, ähm, also ich hab auf jeden Fall gestern ganz, ganz frisch das allererste Mal Audition geguckt von Takashi Miike. Und, ah, ich hab mich zwar sehr gefreut, aber ich wurde hinten raus nicht so belohnt, wie ich gedacht habe. Ich meine, der ist von 99, ähm, und der hat dann natürlich damals für Aufsehen erregt, ähm, hat damals Aufsehen erregt, gerade durch die, die Endszene und durch den, ja, die ganze Torture-Sache. Also, ganz belohnt habe ich mich nicht gefühlt, dadurch, dass vorher eigentlich kaum was passiert, auch wenn es nicht so langweilig war. Ähm, aber ich hab mir so ein bisschen mehr erhofft, irgendwie. Mhm. Okay, ja. Gut, dann hoffe ich, dass Zero von seinen letzten, ja, Aufnahmen nicht so enttäuscht wurde, was hast du so gesehen in letzter Zeit? Ja, ich hatte aber leider genau auch wie Till, ich hab eine Wochenpause gemacht, aber nur, weil ich, äh, ich war im goldenen Handschuh vor einiger Zeit und hab dort mein Handy und mein Laptop verloren. Wow, auch noch in dem, oh, Knaller, ja, okay. Und, äh, danach musste ich natürlich den Filmwirt so auch gucken zum ersten Mal, weil den hab ich wirklich immer irgendwie ausgelassen. Und ich muss ehrlich sagen, ich find den gut und unterhaltsam, aber, also so wirklich eklig fand ich den jetzt beim Ende nicht. Das, das, das muss ich sagen, äh, der Ekelfaktor hat sich bei mir in Grenzen gehalten. Und ich habe gestern, ähm, zu meiner großen Eigenfeier From Dusk Till Dawn endlich noch einmal geguckt, bestimmt so zum dreitausendsten Mal. Ist halt mein absoluter Lieblingsfilm. Und, ja, ganz klar, Fünf-Sterne-Film. Also, da gibt's gar keine Diskussion. Und, ja, das waren so meine letzten Watches. Ja, also, auch gutes Gesehen dabei, ne? Gerade, wie du gesagt hast, From Dusk Till Dawn. Absolut großartig. Ich, äh, hab jetzt diese Woche diesen 2 zu 1 oder 1 zu 2 heißt der Film, glaub ich, gesehen, der jetzt in den deutschen Kinos gestartet ist. Der lief bei uns in der Sneak Preview. Und der war so ganz nett für zwischendurch, kann man sich mal geben. Dann hab ich Twisters letzte Woche gesehen. Der hat mir zumindest echt Spaß gemacht. Ja, gut, den da war ich auch im Kino. Mhm. Den fand ich auch cool. Der hat zwar so seine Schwächen, aber ich muss zugeben, in Summe ist es durchaus einer der besseren Desaster-Filme der letzten Jahre. Und Glenn Powell, der, ja, wird immer zu einem größeren und populären Star bei mir. Also, da freu ich mich auch auf Top Gun 3, wenn er wieder dabei ist, was er ja gesagt hat. Ich glaub tatsächlich, dass der, wenn der jetzt so weitermacht, ähm, noch eine ganz gute Zeit in Hollywood haben wird, ja. Er darf jetzt nur nicht der nächste Batman werden, weil das ja teilweise schon gemunkelt wird. Also, so sehr ich ihn mag, aber bitte nicht Batman. Äh, ansonsten hab ich noch gesehen Gloria, der in der Sneak Preview lief. Und, ja, freu mich jetzt einfach nur auf Deadpool und Wolverine, der jetzt startet. Also, da bin ich heiß drauf. Ja, das bin ich auch tatsächlich, ja. Ich definitiv auch. Ja, so heiß war ich auch auf den ersten Film, über den wir jetzt heute sprechen. Das ist nämlich Stung. Ein Film, der in erster Linie, naja, schön blutig ist, ne. Aber ich muss zugeben, ich hab mir erst einmal mit Sting verwechselt. Als ich das erste Mal bei uns in der Gruppe gelesen habe, dachte ich, hä, Stung? Meinst du Sting oder irgendwie was? Nein, da gab es 2015 tatsächlichen Film mit dem Titel. Wer möchte mir kurz, wer möchte kurz zusammenfassen, worum es in dem Film geht? Ich haus dir gerne raus. Ähm, wir haben Mrs. Perch, das ist eine ältere, wohlhabende Dame. Die wohnt so auf dem ländlichen Amerika und schmeißt da eine schöne, schöne Party. Und hat dazu natürlich auch Catering eingeladen. Und die sind in Form von Paul und Julia, die auch so eine kleine Romanze am Laufen haben, ähm, dann da. Und gerade bei der Party passiert ist, dass ein Pflanzendünger, ein Importierter von ihr, in den Boden sickert. Und dann noch in so eine einheimische Spezies von Killerwespen drüberläuft. Und, ja, die verwandeln sich dann zu meterhohen Raubtieren und, ja, legen dann ihre Eier direkt in die Gäste und die zerbersten dann auf schöne Art. Und, sagen wir mal, die sprengen die Party, die Viecher. Ist ein richtig schönes deutsches Creature-Feature auf jeden Fall. Die sprengen die Party, das passt sehr gut dazu, dass wir in den Körfern gespielt haben. Das hast du schön gesagt, echt, ja. Habt ihr den Film jetzt das erste Mal gesehen? Ja, 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 also wirklich zum ersten Mal. Ich hab von dem auch vorher nie was gehört. Ich dachte nur, Creature-Feature, da guckst du mal. Ich hatte noch ganz andere Sachen irgendwie auf dem Zettel und dachte, aber er muss doch irgendwas aus Deutschland irgendwie geben. Also, ein bisschen Genre haben wir ja manchmal. Und dann hab ich gesehen, ach, doch, gibt's einen Deutschen. Und dann auch noch so riesen Killerwespen. Dachte ich, boah, geil. Hab ich lange nicht mehr gesehen und dafür war der war richtig gut. Also, ich war erschrocken, dass der richtig gut war. Also, der hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, ja, ich hab den auch als das erste Mal gesehen. Ich hab das Cover schon eine Million Mal gesehen gefühlt. Im 2015, ja, einige Mal. Gab's da noch Videotheken bei uns? Weiß ich nicht. Es sieht aus wie so ein Videotheken-Cover, aber dafür ist es, da waren schon alle dicht bei uns, glaube ich. Und den wollte ich immer mal gucken, tatsächlich. Aber bin nie dazu gekommen, hab ihn mir nie zugelegt. Und dann dachte ich mir auch so, hm, okay, wird hoffentlich gut. Und wie Zero auch schon sagte, das war sehr überraschend, was man da gesehen hat. Gerade so mit Spreng die Party, das tun sie ja halt nun mal wirklich. Und was ich halt so geil fand, dass je nachdem, wen sie sprengen, sie entsprechend groß werden. Weil erstmal, die sprengen ja irgendwie noch ein kleines Tier, ein Hund oder so. Und erst wenn sie Menschen sprengen, sind sie halt so riesige Bastarde. Schöne Ideen, ja. Ja, also ich kann mich euch beiden da nur anschließen. Auch ich hab ihn das erste Mal gesehen und muss gestehen, ich kannte ihn vorher gar nicht. Also ich hatte das Poster nicht gesehen, den Titel nicht gelesen. Aber als ich dann mal kurz recherchiert habe, worum es in dem Film geht, dachte ich, say no more, sign me up, bin ich dabei. Und wurde übelst positiv überrascht. Denn normalerweise, wenn man sich das so anhört, was Zero gerade beschrieben hat von der Story, denkt man ja größtenteils gerade heutzutage sehr an diese billigen Trash-Filme, die es ja überall regnet. Aber hier ist das absolut nicht der Fall. Also von billiger Trash kann hier nicht die Rede sein. Der ist auch ganz stark und hochwertig, wie gesagt, gerade in seinen Special Effects. Wenn CGI kommt, ja, gerade zum Ende hin, finde ich, fällt schon ein bisschen auf, dass natürlich gerade Budget fehlt. Und das Drehbuch ist jetzt auch nicht das Allerbeste. Da soll die es nicht, also ich glaube, wir loben die sonst so hoch, nicht, dass die Leute den gucken und sich dann beschweren. Aber er macht schon, für das Segment macht er schon richtig Spaß, weil der nimmt sich halt auch wirklich nicht zu ernst. Und man muss ja was sagen, da spielt eine alte Legende mit halt, ne, Lance Henriksen. Und alleine wegen dem sollte man den Film auf jeden Fall einmal mindestens gesehen haben. Das stimmt. Der hat gefühlt wahrscheinlich eine Million Filme gespielt. Ich gucke gerade, ich habe 210 Filme hat der einfach gemacht. Als Schauspieler. Das ist wirklich krass, ja. Das ist eine Ansage, definitiv. Aber 200 ist keine Zahl, wenn man bedenkt, wie viel von diesen Bienen es in diesem Film gab. Das waren ja riesen Schwärme. Also da habe ich teilweise gedacht, oh Gott, geh mir weg. Also es gibt ja Menschen, die sind, wenn es um so Wespengeräusche geht, ein bisschen empfindlich. Und hin und wieder zähle ich mich damit dazu, wenn das zu viel wird, dann zucke ich da auch mal gerne kurz zusammen und denke mir, geh mir weg, stech mich nicht. Und wenn du dann diesen Film hier anschaust, da denkst du dir dann auch, oh Gott, das hört sich schon so gefährlich an. Wespen stören mich tatsächlich nicht. Es sei denn, sie, also tatsächlich finde ich, auch wenn Hornissen friedlicher sind, finde ich die viel gruseliger, weil die halt so groß sind. Und da diese scheiß Viecher in dem Film auch so groß werden und dann auch noch wirklich geil aussehen, weil es wirklich practical ist die meiste Zeit. CGI in schnellen Bewegungen oder in Schatten oder so, wenn man es vorbeihuscht, ist es CGI. Und am Ende, wie gesagt, hat es ja Sarah auch schon gesagt. Aber da kann man, wenn man so ein bisschen, so einen Film guckt man ja nicht, weil man gerade aus dem neuesten Avengers kommt und als normaler Kinogänger und sagt, okay, jetzt brauche ich Stung, Stung. Sondern es ist ja eher schon was sehr Nischiges. Und da, finde ich, kann man es echt gut verzeihen. Vor allem, weil man gerade vom Gewaltgrad her auch gepaart mit den Special Effects wirklich belohnt wird. Wenn dann wirklich die Körper aufplatzen oder aufreißen und das zieht sich teilweise so von der Continuity gut durch, dass man manchmal sogar noch sieht, welches Viech aus welchem Menschen gekommen ist, weil irgendwie an irgendeinem Bein noch das Gesicht klebt oder sowas. Und das fand ich geil. Dieses Entwickeln aus den Körpern heraus und dass die dann noch diese Menschenteile an sich dran hatten und teilweise auch nicht verloren hatten. Das war richtig eklig und richtig, richtig schön. Auch so schön schleimig und saftig. Knaller. Das ist halt eben echt die Liebe zum Detail. Also nicht nur das mit dem Wiedererkennungswert, wie du ja gesagt hast, sondern auch das mit den praktischen Effekten und dem Kostüm, was ihr ja schon angesprochen habt. Das sieht einfach so richtig genial aus. Also mein Creature Feature Herz hat da so viel höher geschlagen, wenn man sieht, wie praktisch das gedreht wurde. Es ist einfach wunderschön und gleichzeitig so schön eklig mit dem Schleim, was du angesprochen hast. Also der Look von diesem Film ist genau das, was man von so einem Film eigentlich erwarten sollte, in meinen Augen. Auf jeden Fall. Und das Problem, was ich aber im Film leider finde, ist, dass der Unterfänger lief. Also ich hab von dem wirklich, ich hab von dem vorher gar nichts gehört, wenn ich ganz ehrlich bin. Und jetzt beim Nachrecherchieren, selbst wenn man sucht, man findet auch nur, glaube ich, zwei, drei Besprechungen im deutschen Raum, die die überhaupt reviewed haben, zu einer Zeit, wo die rauskamen. Das find ich schon schade, weil das ist wirklich für den Genrebereich ein hochwertiger Film. Und da könnte man wohl mal mehr Werbung für machen. Oder hätte man machen sollen. Ja, hätte man machen sollen, das stimmt. Und der Regisseur, der hat ja auch sonst nicht viel gemacht. Der hat noch drei andere Filme. Irgendwie zwei kürzere, 20 Minuten und neun Minuten. Das andere ist so mit ein paar anderen Regisseuren zusammen. Das ist tatsächlich sein einziger, als alleinstehender Regisseur, sein einziger Film. Der Benni, wie heißt der, Benni Dietz? Benni Dietz, ja, Dietz. Genau. Schade eigentlich. Anscheinend hat er ihn so, also finanziell vielleicht ruiniert nicht, aber das Studio gesagt, okay, du kriegst bei uns nichts mehr. Sorry, das hat nicht viel eingespielt. Weil wenn der so weitermacht, ey, gibt ihm da nochmal, ich weiß nicht, was der gekostet hat jetzt aus dem Kopf, aber gibt ihm nochmal 500.000 Euro mehr und dann macht er noch das nächste geile Ding. Ja, absolut. Also, ich hab ja gerade Sting angesprochen, der gerade im Kino lief oder teilweise noch läuft, je nachdem. Und das ist genau so sein Genre. Also, gebt ihm mehr Creature Feature Stoff und der bringt uns da gute Unterhaltung mit. Wo du gerade ansprichst, Budget hat er zweieinhalb gekostet, ein Spielwahl hat 71.000. Ja, ich hab auch gerade geguckt, das ist halt richtig übel. Boah, das ist ja ein Desaster. Aber ey, weil ja keiner von wusste. Ich glaube, der hätte damals auch gezogen. Also, wir haben genug deutsche Leute. Ich glaube, das war halt auch der falsche Jahrgang dafür, ne? Weil, ähm, wenn du dir so das Poster anschaust und auch so das Genre, ich glaube, so Creature Feature war 2015 jetzt nicht the next big thing, wenn man so sagt. Das war ja dann doch eher so, ja, zehn Jahre vorher. Ja, wäre wahrscheinlich besser gewesen. Das denke ich auch. Also, ich hab ein schlechtes Timing. Ja, leider. Ja. Das ist richtig. Was, was haltet ihr, ohne dass man jetzt alles wegspoilert? Ich spring mal ganz ans Ende. Was haltet ihr vom Ende? Hände ich gut soweit. Der Film für sich, der hat sein Ding gemacht und das Ende hat dann einfach nur die Tür offen gelassen, aber nicht so, dass man halb gar zurückgelassen wird. Und, ja, könnte ich mir auch fast anschließen. Also, das ist halt ein Ende, also nicht ein unerwartbares Ende. Das, wie gesagt, das kriegt man da nicht, aber es ist, schließt schön, äh, schön ab und lässt sich halt diese kleine Hintertür offen, äh, dass es halt noch einen nächsten Teil hätte geben können. Ja, vielleicht müssen wir auch irgendwie 24 Jahre warten, bis dann der nächste Teil kommt. Ich hoffe mal nicht, aber ich glaube, Benny Dietz wird das wohl nicht machen. Ähm, ich hab mich nur mal gesehen, er hat irgendwie Special Effects, hat er irgendwann mal noch gemacht und er ist halt noch DJ. Okay. Aber, ja. Ja. Das passt, weil die Musik in dem Film, die war auch cool. Also, die Musik war richtig glücklich. Ja, das stimmt. Ja, das hat gut gemacht. Also, mein größtes Problem mit dem Film war tatsächlich die lange Wartezeit am Anfang. Also, bis da der Spaß anfängt, bis der Film in die Gänge kommt, da geht wirklich ordentlich Zeit drauf. Und das ist aber auch schon so der größte Kritikpunkt, den ich habe. Ja, und er ist halt anfangs wirklich ein bisschen cheesy, ne? Also, diese Flirterei zwischen den beiden ist so ein bisschen, okay, ja. Aus der Zeit auf jeden Fall gefallen und ist auch nicht wirklich funny erst. Und dann hast du einen Nebencharakter, ja. Ja, ja. Das ist halt so typisch, ähm, Trash-Horror-mäßig. Aber beim Ende sind die ja nicht mehr lange da. Das ist ja dann immer das Schöne bei so einem Film. Ähm, ja. Aber man wird ja belohnt. Ich rede mir das noch gut. Aber man wird belohnt für die, ich glaube, halbe Stunde oder noch länger ist es, ne? Bis es richtig scharf geht. Hm. Ja, man lernt so ein bisschen die beiden kennen und diese feine Gesellschaft und dass es alle versnobbte Leute sind oder viele versnobbte Leute sind. Und dann, man wird dann zwar belohnt mit dem, was kommt. Aber, ja, einkürzen ist halt auch die Frage, ne? Bis das Ding geht 90 Minuten, sollte man es einkürzen. Sollte man vielleicht ein bisschen mehr splättern, aber dann hätte er noch mehr gekostet. Und dann wird das Disaster noch größer, obwohl größer geht ja fast nicht mehr, aber. Ach. War schon gut so eigentlich, wie es war. Also dann trinkt man halt am Anfang zwei Bier statt ein Bier, bis es losgeht. Und dann macht der Film doppelt Spaß, weil man noch ein bisschen mehr Alkohol in Schuss hat. So sehe ich das auch. Genau wie Lance Hendrickson in seiner Rolle. Immer schön reinsaufen. Dann macht der Film auch Spaß. Ganz genau. Ja, das ist der Pro-Alkohol-Podcast jetzt hier oder was. Das kann ich leider nicht unterstützen. Ich, ähm, muss mich ausklinken. Bei mir reicht ein Bier, glaube ich. Ja, es kommt ja immer drauf an, was für eins es ist. Also, wenn es das Gute aus der Region bei uns ist, dann reicht eins auf jeden Fall zum Antrinken. Das stimmt. Ja, perfekt. Haben wir den nächsten Werbepartner gefunden? Ähm, abwarten. Abwarten. Wie sieht es aus mit der Schauspielleistung? Ich hatte das irgendwie letztes Mal, hatten wir ja Piranha 3D und Psycho Goreman. Das sind ja auch nicht die High-Class-Filme. Und deswegen komme ich gerade nochmal drauf, weil das ja auch nicht die High-Class hier ist. Wie sieht es aus vom Schauspiel? Haben absolut ihren Zweck erfüllt in meinen Augen. Also, wenn man bedenkt, dass das eben so ein lockeres Creature-Feature ist, ohne dass man jetzt eben das Budget von Piranha hat, dann ist es mindestens solide, wenn nicht sogar gut für das. Ja, definitiv. Also, gerade die Hauptpersonen, die drin vorkommen, die machen das alle mehr als solide. Also, schon bis gut, bis sehr gut. Also, ich hätte jetzt vom Daniel Rizzo auch nicht erwartet, dass er gut schauspielern kann. Und der hat da so eine Nebenrolle. Also, da kann ich das mal verkraften, dass das nicht so cool ist. Aber alle anderen, die überwiegend vorkommen, die nehme ich das komplett auch ab. Und die sind auch null störend im Film. Ja, das denke ich auch. Man braucht ja kein High-Class. Es reicht, wenn es dann alles schön splittert, denke ich mal. Ja, wenn das Gesamtbild stimmig ist, dann kann man da nicht drüber meckern. Und ich denke, das ist ja der Fall. Ja, gut. Dann würde ich sagen, kann auch jeder schnell ein Fazit raushauen. Ich fasse mich ganz kurz. Der Film macht eine ganze Menge Spaß. Viel Splatter, viel Blut, coole Inszenierung. Einfach nur das, was man erwartet, auf einem richtig guten Niveau. Dann hau ich hinterher. Wer keine Wespenallergie hat, auf jeden Fall zugreifen. Es macht super Spaß. Practicals sind on top. Die Story ist ein bisschen, naja. Aber es gibt einen Hund, der einfach sich in einen Monster verwandelt. Mehr muss man doch nicht haben. Da schlägt das kleine schleimiges Blätterherd schon höher. Auf jeden Fall sollte man das in der Sammlung haben. Deswegen gefällt das auf jeden Fall mit dem Hund. Ja, definitiv schließe ich mich an. Das macht einfach Spaß. Also der Anfang ist auch nicht todeslangweilig, sondern man kann sich halt die beiden zusammen angucken ganz gut. Und eher wie er sie anschmachtet. Und dann diese ganzen Snobs. Und dann wird halt gesplattert. Und dann macht es halt richtig Spaß. Ich dachte tatsächlich, Zero, du kennst den. Und war total begeistert. Und dachte mir so, oh ja, den muss ich erstmal ein dickes Danke aussprechen. Aber guter Glücksgriff. Definitiv. Wenn ich eins kann, dann habe ich Magic Fingers. Ich saß dir. Absoluter Knaller. Ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, schön. Dann bin ich sehr gespannt, ob ihr das auch über unseren nächsten Film sagen werdet. Denn ich würde sagen, wir machen weiter mit Critters. Die sind da. Heißt er ja noch zusätzlich im Deutschen. Und da würde ich einfach mal ein paar Sätze zu sagen. Denn hier hat man ja noch ein klein bisschen Science Fiction mit dabei. Und Science Fiction ist genau mein Ding. Also ich bin ein großer Science Fiction Fan. Und dementsprechend würde ich hier kurz den Einstieg übernehmen. Hier haben wir dann eben die titelgebenden Critters, diese Aliens, die von ihrem Gefängnis ausbrechen, der auf einem Asteroiden ist. Und mit einem Raumschiff durchs Weltall flüchten und auf der Erde landen, wo sie ihren Hunger ein bisschen stillen wollen. Und dann wird eben die, ich sag's einfach mal, Alien-Polizei hinterher geschickt, um sie zu fangen. Während sie eben in diesem kleinen Kaff, Crovers Band heißt, glaube ich, ihr Unwissen treiben. Also eine kleine, süße Alien-Invasion, könnte man sagen. Ja, geile, kleine Fellbällchen. So richtig süß, oder? Habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen oder zum wiederholten Male? Ich bin Videothekenkind, das ist ein Film aus meiner Kindheit. Damals habe ich den zig Mal geguckt. Ich bin mir auch sicher, ich habe die alten Teile sonst auch noch geguckt, die es davon gab. Aber auch lange nicht mehr gesehen. Und das ist halt so schöner 80s Sci-Fi. Also das mag ich auch. Ich mag diesen neuen Sci-Fi, mag ich nicht so, der so auf Realismus macht. Das ist gar nicht so meins. Aber das, ey, da kommen ein paar Raumschiffe, das sind ein paar Aliens. Das ist richtig schön. Große Laserkanonen. Und Horror ist auch noch dabei. Ja. Ich habe irgendwann mal im Angebot, da habe ich mir auch noch DVDs gekauft, die Box geholt. Also ich habe die tatsächlich früher so im Zusammenhang mit Gremlins, was natürlich, meine Gremlins hat was ausgelöst. Das war halt wirklich krass. Und da habe ich mir die Critters-Box geholt. Und die einfach ein nach dem anderen im Nachtdienst damals, habe ich noch im Nachtdienst gemacht. Keine Ahnung, vor zehn Jahren erst habe ich das geguckt oder so. Also das erste Mal geguckt und tatsächlich ein bisschen schockverliebt gewesen. In den einen oder anderen Teil mehr als in den anderen. Aber irgendwie auf eine Art und Weise mag ich alle vier, beziehungsweise alle drei, wenn man den dritten auslässt. Der ist so ein bisschen, vier ist wieder so drüber, dass ich den eigentlich ganz geil finde. Jason X mit Fellbällchen und weniger Gewalt. Aber ich finde es super. Ich hatte meinen Spaß. Ja, also ich muss zugeben, ich habe den Film einmal gesehen, als ich noch ziemlich jung war und danach irgendwie nie wieder. Ich glaube, dann hat mein Vater damals aus der Videothek ausgeliehen. Und ich durfte am Sofa dabei sitzen, weil er sonst keine Ruhe vor mir hatte. Aber danach ist die Reihe ein bisschen bei mir untergegangen, muss ich zugeben. Und es war richtig, richtig schön, ihn wiederzusehen. Also da hat man sich sofort wieder ein paar Jahre jünger gefühlt. Und das Science-Fiction-Herz hat auch gelächelt. Einfach weil, wie der ja richtig gesagt hat, da hat man hier ein paar schöne Raumschiffe. Man hat hier wieder praktische Effekte. Nicht dieses ganze CGI, was man heutzutage ja überall zu sehen bekommt, sondern eben noch schön oldschool und das war einfach richtig, ein richtig schöner Spaß, diesen alten Klassiker mal wieder auszugraben. Und ich glaube, auch heute schätzt man den auch mehr, weil der ist natürlich auch vollgepackt mit irgendwelchen kleinen Easter Eggs. Also die wären mir damals gar nicht aufgefallen, weil ich viele der Filme wahrscheinlich noch nicht gesehen habe vorher. Und jetzt kann man sich da, glaube ich, irgendwie auch nicht satt gucken. Dann hat man so einen kleinen E.T. da rumsitzen. Also die KDA ist natürlich ganz präsent in dem Film dann. Aber auch zum Beispiel, was ist das hier von Star Wars, so ein Flugzeug, was da vorkommt. Da wäre mir das nie aufgefallen, wo ich jünger war. Jetzt gucke ich mir das an und sage, ach geil. Oder die Katze heißt Shoei. Das ist doch klar, das Erste, was einem einfällt. Ja, na klar. Es ist schon schön gemacht alles. Also auch mit Liebe und Herz. Und der Film hat es halt genau andersrum gemacht als Stunk. Der hat nur zwei Millionen gekostet und 13 Mille eingenommen. Also so rum ist, glaube ich, besser. Und das halt in 1986. Ich meine, das Geld, was der eingespielt hat, das ist das dreivierfache Wert mittlerweile. Inflationsbereinigt. Das ist schon richtig ordentlich. Und das ist auch, dafür braucht man so ein bisschen 80s Liebe einfach. Also ich selber, 89 geboren, bin nicht in den 80ern aufgewachsen, aber halt mit den Filmen aus den 80ern, 90ern. Meinem Vater sei Dank. Oder man muss sich halt reinarbeiten. Wenn man sagt, okay, ich bin noch sehr jung und ich habe aber Bock, irgendwie diese Filme kennenzulernen. Wenn man sich dann in die 80s reinarbeitet, dann kann man sich da schon richtig drin verlieren und verlieben. Und das ist bei Critters tatsächlich passiert. Ich fand das, es hat so viel Spaß gemacht, weil die kleinen Viecher, das sind halt Fellbälle. Und dann fangen die plötzlich an, ihre Zähne zu fletschen und sind übelst böse, haben diese krassen roten Augen. Und sehen halt richtig, ich finde, die sehen richtig geil aus. Ja, der E.T., der ist wahrscheinlich wegen der Mutter von E.T., wollte ich gerade sagen, der D. Wallace. Das hatten wir, das hattest du, Sero, vorhin ja auch schon gesagt, bevor wir gestartet haben. Mit einer kleinen Legende hier drin, die auch bekannt ist aus The Hills Have Eyes, auch Frighteners Halloween. Und da wird wahrscheinlich dann auch nicht nur E.T., der Regisseur, nicht froh gewesen sein, um Himmels Willen, dass er den kleinen E.T. hinsetzen durfte, sondern auch, dass er sie bekommen hat. Weil es ist halt wirklich auch immer noch ein kleiner Film. Es ist ja nichts, was Spielberg irgendwie in der Hand hat. Aber irgendwie trotzdem doch schon jetzt im Nachhinein voll mit so ein paar, ja in Klammern, Stars. So Billy Zane, okay, den musste ich auch noch mal gucken. Oh ja, oh mein Gott. Ja, ja, na klar. Und wen ich gar nicht erkannt habe, wo ich auch noch mal nachgucken musste, welche Rolle das war wohin, Lynn Shay spielt auch mit. Die ist anscheinend wohl diese Sekretärin da bei der Polizei. Habe ich null erkannt. Stimmt. Kennt man als alte Frau. Und ja, Emmett Walsh ist halt da der Sheriff, den kennt man auch eigentlich aus so 80s Filmen. Wenn man das Gesicht zumindest sieht, diese etwas breitere, kräftige. Ja, stimmt, ja, Lynn Shay, ja klar, die kenne ich nur. Also die habe ich jetzt nur so präsent, wie gesagt, aus diesen ganzen, nun, Insidious-Unfällen. Für mich zumindest Unfällen. Ja, richtig. Aber die war ja auch schon in Nightmare und so dabei. Was ich noch ergänzen wollte zu dem, was du gesagt hast, Till, du hast ja gerade über das Design und die Optik der Critters gesprochen, ne? Ich finde es richtig cool, wie die sich da einfach durch die Gegend rollen. Das ist so lustig und gleichzeitig so cool. Also ich habe das total gefeiert. Einfach nur mal so durch die Gegend kullern und Leute fressen. Also das hat, das hat, eigentlich kann man sagen, das hat richtig Stil, so wie die das machen. Und wenn die dann noch anfangen, ihre Stacheln zu schießen, dann fängt der Spaß erstrecklich an. Also das war auch echt cool. Ja, macht einfach Spaß, so finde ich. Das ist, so wenn man, sowieso, wenn man Gremlins mag, kommt man, glaube ich, an den Critters nicht vorbei. Und dann gibt es ja auch noch die Ghoulies, die hat es ja auch noch hervorgebracht, die ich aber leider nie gesehen habe. Deswegen kann ich zu denen nichts sagen. Ich weiß nicht, ob das noch was billiger Produziertes ist, aber ich glaube schon, oder? Hat einer von euch die gesehen? Ne. Doch, aber die Ghoulies, den ersten habe ich geguckt. Ich glaube, es ist aber auf dem gleichen Niveau vom Preis. Also noch billiger, glaube ich, nicht so gleich. Aber dann gibt es, ich glaube, eins, das billiger ist Munchies. Oh ja, stimmt. Auch so kleine Monster. Ja, ja, stimmt. Das ist aber noch viel mehr, glaube ich, für Kinder, wenn ich mich da nicht ganz verrenne gerade. Aber was ich gerne mal wissen möchte, ich musste den jetzt, also ich gucke sonst immer gerne im OV und den musste ich jetzt halt in Übersetzung gucken. Und mir wurde, also ich habe danach gelesen, dass der nicht so gut sein soll mit dem deutschen Subbing. Hat den einer von euch im Original geguckt vielleicht? Ne, ich habe ihn nur auf Deutsch geschaut. Ich habe ihn tatsächlich auch auf Deutsch geschaut, ja. Ich gucke sonst auch gerade so, ja, es kommt immer bei den 80ern so drauf an, ich entscheide oft spontan. Ich höre mir oft dann erstmal kurz ein bisschen das Deutsche an und dann switche ich einfach meistens um tatsächlich. Aber hier bin ich auch einfach bei Deutsch geblieben, weil irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, weiß auch nicht warum. Das passt irgendwie so zum Flair des Films. Aber tatsächlich habe ich, Englisch müsste ich nochmal nachholen. Es kommen doch später noch die beiden, wie Werner es schon genannt hat, die beiden Weltraum-Alien-Polizisten. Die kommen ja in diese Bowling-Bahn oder in diese Bar. Und dann sagt er ja, Gott, was sagt er denn? Auf jeden Fall sagt er noch was, ja, ihr seid ja auch nicht die Men in Black. Also für mich ist natürlich klar, wie eine Anspielung auf Men in Black, den Film, den gab es damals aber noch. Der war, glaube ich, noch nicht mal in der Planung überhaupt. Also für was soll das dann dann stehen in dem Zeitraum? Weil mir ist dazu nichts eingefallen. Ich habe auch überlegt, vielleicht einfach nur Besetzungsfehler, weil die haben sich nochmal neu übersetzt nach ein paar Jahren. Weil das passt für mich null ins Bild. Also Men in Black kenne ich nur sonst irgendwie FBI oder was, was vielleicht früher war. Das kann sein. Vielleicht war das damals schon gang und gäbe. Kann sein. Also Men in Black ist ja ursprünglich auch ein Comic. Aber das kam auch erst 1990 raus. Das heißt, auch vier Jahre später. Das ist eine gute Frage. Vielleicht einfach, keine Ahnung. Da brauchen wir irgendwelche schlauen Leute, die uns das jetzt beantworten können. Oder vielleicht ist es auch einfach egal. Und es sollte einfach nur irgendwas gesagt werden. Keine Ahnung. Das kann natürlich gut sein. Eigentlich würde ich nur schnell die Alien-Polizei mit reinschieben, weil ich die auch ganz geil fand. Ja, die beiden. Das sind ja eigentlich Kopfgeldjäger, ne? Genau. Die haben so eine geile Transformationsszene, wie die sich dann quasi tarnen, zu Menschen verwandeln. Das war auch richtig cool anzusehen. Also ja, gerne mehr davon. Das war, puh. Das sind auch beides so eine Dullis einfach, ne? So eine lustigen Deppen irgendwie, die dann voll die krassen Kopfgeldjäger sein sollen. Aber passt alles so. Ich finde, das Gesamtbild ist halt so geil. Du hast ja auch nicht wirklich einen super krass realitätsnahen, also vom Verhalten und vom Schauspiel und allem drumherum Film. Dann passt das alles ganz gut. Wenn das alles jetzt so bierernst werden und dann kommen diese beiden Dudes irgendwie an, das hätte alles zerschossen. Aber so finde ich, das passt total gut rein. Die haben mich auch sehr belustigt. Ja. Und was mir auch gut gefallen hat, war so die Chemie in der Familie an sich, ne? Also die Charaktere selber, die waren nicht irgendwie übermäßig nervig oder übermäßig dumm oder unnötiges Drama. Nein, es war einfach nur eine nette, sympathische Familie, die hat ihr Leben gelebt und dann tauchen da die Aliens auf. Kein unnötiges Geschrei, keine dummen Entscheidungen, sondern einfach nur mal Dinge, die man vielleicht in der Hektik, im Stress mal falsch macht. Aber in Summe haben mir die Charaktere, hat mir die Familie echt gefallen. Also gerade für so einen Creature Feature Film. Also die waren gut gezeichnet. Obwohl ich sagen muss, der Vater ging mir am Anfang richtig hart auf den Sack, weil ich erst dachte, jetzt macht er da einen auf großen Patrick-Jahren und schaue ich die da alle rum. Aber der wächst einmal doch relativ schnell ans Herz, wo es dann zur Sache geht, weil der steht hier für seine Familie 100 Prozent ein. Also fand ich auch gute Familie in Konstellation. Ja, da gehe ich mit. Definitiv. Ja, das ist so ganz schön, dass er nur so ganz kurz so, ich nenne es mal so typisch 80er-US-Vater mäßig da gezeigt wird, aber dann nicht dieses typische Rollenbild halt bei Held. Das ist ganz gut. Habt ihr mal zum Beispiel Making-Offs davon geguckt? Weil ich habe mir zum Beispiel mal Making-Offs angeguckt, auch so gerade natürlich in Richtung Critters und wie das gebaut wurde und wie unfassbar detailreich auch das ist. Was liebe ich ja immer. Seid ihr da so pro Making-Off oder seid ihr einfach Film gucken und fertig? Ich bin größtenteils da sehr zurückhaltend, weil in manchen Filmen zerstört so Making-Offs ein bisschen die Vision hinter dem Film. Dann kannst du das nicht mehr, diesen Schalter abstellen, wenn du den Film nochmal anschaust und denkst jedes Mal, ja, das haben sie so gemacht und eigentlich sah das so aus. Also grundsätzlich bin ich da sehr zurückhaltend. Aber das ist jetzt eher so ein Film, wo ich sagen würde, da könnte ich es mir zumindest mal anschauen. Bringt Werner einen Punkt, wo ich sagen muss, habe ich gar noch nie so drüber überlegt, aber manchmal stimmt das wirklich. Aber ich bin eigentlich auch eher pro Making-Off. Wenn ich mir eine Blu-Ray hole oder irgendeine Edition, da gucke ich schon, dass da auch Bonus-Material immer noch mit dabei ist, wird ja leider immer weniger. Aber wenn es dabei ist, dann greife ich da schon eher zu, weil ich ja schon gerne wissen will, was die Idee hinter war. Meistens hat der Regierer eine gute Idee, die dann aber im Schnitt vielleicht ein bisschen kaputt gegangen ist oder andere Sachen nie nicht so lief. Ich finde das aber schon ganz interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, also es kann einen bei Practicals vielleicht mehr rausreißen, als wenn man sich jetzt irgendwie, am bekanntesten ist wahrscheinlich hier Corridor-Crew, kennt ihr wahrscheinlich, die immer auf den ganzen Kram reagieren, CGI und Stunts und so. Und dann beim CGI finde ich, wenn da alles runtergebrochen wird und erklärt wird, ist es halt so, ja okay, es ist halt immer noch am Computer, auch wenn es natürlich extrem beeindruckend teilweise ist, aber wenn man die echten Puppen sieht, wie sie dann tatsächlich in den Händen der Schöpfer quasi sind, das kann einen schon mal rausbringen. Mir ist das, Gott, ich glaube, dass mir das aber so noch nicht passiert, weil ich mir das immer gerne angucke. Es ist halt tatsächlich gerade in Richtung Vision manchmal ein bisschen schade, jetzt nicht in dem Film, so, aber ich habe mir zum Beispiel das Making-of damals von Dark Crystal von der Serie auf Netflix angeguckt und was die da an Herzblut reingefließen lassen haben, das zerreißt einem doch wirklich das Herz, wenn es dann so untergeht und abgesetzt wird, aber hier bei sowas gucke ich mir das immer ganz gerne an. Und es ist schön, wenn man mit seinem eigenen Kind, gut, ich gucke mit meiner Zehnjährigen kein Critters, auch wenn ihr das wahrscheinlich damals getan habt, aber so Making-ofs sind manchmal ganz schön, um dann dem eigenen Kind, was durch mich als Filmliebhaber natürlich auch gerne und viele Filme guckt, da, das bringt es total, wenn jetzt irgendwie mal eine Wunde zu sehen ist, auch in einem stinknormalen Pferdefilm, das hatten wir vor ein paar Jahren mal, und dann schön ins Making-of und dann kann man da schön der Kleinen erklären, guck mal, das ist alles nur Knete. So, dafür ist es zum Beispiel ein kleiner Tipp als Vater, das kann man damit gut machen. Ja, sehr schön. Dann sind wir, glaube ich, mit Critters soweit eigentlich auch durch, oder möchte noch jemand was zu den süßen Streifen sagen? Ich möchte eine Puppe haben. Ja, ne, das wäre cool. Das wäre richtig cool. Ferngesteuert oder nur als Kuscheltier? Ich habe wirklich danach geguckt vorhin und gegoogelt, es gibt wohl welche, aber irgendwie auch nur über AliExpress oder so, und ich weiß dann immer nicht, wie wertig die sind, also auch alles unter 30 Euro. Ich will, glaube ich, mal zugreifen und dann berichte ich mal, wie das war, aber ich glaube, es ist kein 100% Plüschtier leider. Ja, ja, bei Temu und Co. gibt es das auch, habe ich gerade gesehen, ja. Ja, sollte man vorsichtig mit sein, das stimmt. Ja, dann machen wir es wie gerade eben nochmal, jeder kurzen Fazit. Ich habe diesen Film geliebt, ich liebe Science Fiction, ich liebe Monster, ich liebe Aliens und einfach nur bunten Spaß. Ja, gut, bunt war er jetzt nicht, aber er hat eine Menge Spaß gemacht, von dem her, go for it. Okay, dann lege ich los. Ich denke, okay. Für mich war es ein richtig wieder schönes, flauschiges Erlebnis, hat mich so richtig schön wieder in die, ja, in die Kindheit ist es auch gelogen, habe ich in die Jugend zurückgesetzt und ja, ey, ich finde es super, also ich finde es nicht mehr ganz richtig horror, horrormäßig für mich in meinem Alter, aber ich finde es immer noch, es hat so einen leichten Grusel und eine schöne Familiengeschichte. Und darum auch auf jeden Fall, Daumen geht immer noch nach oben. Ja, das ist halt so ein Ding, das altert halt nicht. Also es altert gut und es altert nicht schlecht, weil es einfach, du kannst an dem, was du da siehst, kannst du ja auch in 100 Jahren nicht sagen, nein, das ist aber eine Puppe, das sieht man, weil das hat man auch in den 80ern schon gesehen. Aber es ist halt geil gemacht und deswegen, das macht für mich dieses Praktische halt so aus. Und deswegen, alleine deswegen gucken, wenn einem der Film dann nicht gefällt, okay, aber dann hat man gute Practicals gesehen, schöne Puppen und mir gefällt der auch. Ich gebe auch ganz klar Daumen nach oben, weil er wirklich Spaß macht und sage auch ganz klar, zweite Teil auf jeden Fall noch sehenswert, Teil 3, allererster Film von Leonardo DiCaprio. Fans müssen da vielleicht auch mal zugreifen. Und dann gibt's halt noch Teil 4, das ist halt so ein bisschen guilty pleasure. Aber die ganze Reihe ist irgendwie, ist mir ans Herz gewachsen, auf jeden Fall. Und jetzt kommt die Überraschung, es wird einen weiteren Teil geben. Es gibt ja schon Teil 5, den habe ich ganz vergessen. Mit der, das ist so eine Indie-Produktion, The Critters All You Can Eat. Meinst du den? Nee, 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 ich meinte den fünften Teil habe ich auch, das ist Critters Attack von 2019, habe ich aber noch nicht geguckt. Aber den, von dem du erzählt hast, habe ich noch gar nicht gehört, nee. Das ist so ein Crowdfunding-Projekt gewesen oder ist aktuell noch. Also das kann man immer noch unterstützen. Und ich habe da tatsächlich ein bisschen zu beigesteuert. Also ich werde mir den Film auf Blu-ray gönnen und habe da natürlich jetzt nicht die allerhöchsten Erwartungen. Aber für diejenigen, die es interessiert, Critters All You Can Eat, einfach mal googeln. Und dann gibt es da schon ein paar interessante Bilder, Poster, Casting News etc. Auch Bilder von den Puppen, weil wir es ja gerade von Making-ofs hatten. Also wer Critters mag, wer sich dafür interessiert, einfach mal googeln. Critters All You Can Eat. Und dann würde ich sagen, gehen wir Richtung Finale. Ja, sehr schön. Der perfekte Übergang. Das Finale besteht in diesem Fall nicht aus Spanien oder Deutschland oder irgendwelchen anderen Fußballteams, sondern aus einem ganz, ganz süßen Alligator. Oder vielleicht auch weniger süß. Ich würde mal sagen, legen wir los mit der Inhaltsangabe. Wer möchte? Ja, dann nehme ich den doch. Den letzten schnappe ich mir. Den habe ich mit ins Rennen gebracht. Alligator von 1980. Da geht es, gut, wir sind bei Creature Feature und es geht halt um Alligator und der wird halt riesig groß. Aber der wird als Baby, das arme Tier, wird als Baby die Toilette runtergespült. Und wie es natürlich so ist, da unten aus Gründen wächst so ein Tier natürlich riesig groß. Und das ist so ein bisschen wie bei Stang. Da war es aber kein Dünger, sondern da geht es um einen Tierarzt, der an Hormontherapie forscht. Und wohin mit den ganzen medikamentösen Überresten, den spült man natürlich einfach runter. Und der Alligator wird riesig. Und das ist es im Endeffekt. Und dann wird der gesichtet. Natürlich glaubt niemand dem Cop. Robert Forster übrigens. Und wir haben immer so eine Hochbesetzung in jedem Film abgedreht. Und ja, natürlich glaubt ihn niemand. Und dann gibt es mehr Angriffe. Und dann wird der natürlich gejagt und frisst ganz viele Menschen. Das ist es runtergebrochen. Also in allen drei Teilen, allen Filmen, die wir haben. Es geht uns hier nicht um Story, um das hinten dran nochmal ganz kurz zu erwähnen. Ja, und auch hier natürlich, wir sind in den 80ern und haben wieder einen schönen Practical Alligator. Ja, definitiv. Aber ich möchte jetzt mal aus der Reihe tanzen und mit was Negativem anfangen. Denn, um das mal vorwegzunehmen, für mich war das der schlechteste Teil der drei Filme von heute. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Hm, nee, für mich tatsächlich nicht. Ja, also schlecht ist immer so ein bisschen gemein. Ich möchte Stang jetzt nicht als schlechter stehen, aber der am wenigsten Gute vielleicht für mich. Für mich ist Alligator noch, hat die Mitte für mich getroffen. Okay, also nicht falsch verstehen. Schlecht war er tatsächlich nicht. Also so wollte ich das nicht kommunizieren. Aber von den drei eben der schlechteste. Denn in Summe hat er mich immer noch unterhalten, der gute Alligator. Aber ich muss zugeben, da war mir jetzt ein bisschen zu viel Leerlauf dran, gerade im Vergleich zu den anderen beiden. Oh ja, ja, ja. Schwierig bei dem Film. Also ich wusste vorher schon, den hatte ich auch vorher wirklich auch noch nie gesehen. Und wusste da aber schon, das ist so ein ganz großes Ding. Es ist einer mit, ja, Pioniere so in dem Teil. Und dass er ja ganz stark an Jaws angelegt ist, also an der weiße Hai. Und das kommt ja auch ganz stark rüber. Da dachte ich, okay, es wird bestimmt gut. Und ich muss auch sagen, hin und wieder kam mir halt dieses, ja, der Alligator an sich ist einmal so richtig groß und dann ist er wieder ein bisschen kleiner. Das fand ich schon ein bisschen auffällig. Aber für die Zeit hat mich das dann nicht gestört. Ich kann das immer so ein bisschen dann zur Seite schieben. Denken mir, es ist einer, den haben sie Ende der 70er fertig gedreht. Der kam 80 dann raus. Dass da eigentlich alles super ist, ne, bei so einem Budget oder wie sie es da auftischen, da kann ich mit leben. Aber der macht das schon ganz clever und ich muss halt immer wieder an der weiße Hai mitdenken. Und da diese Parallelen, der macht das schon richtig gut am Drehbuch, dass er da diesen, das so richtig rund macht zum Ende noch. Und ja, ich weiß nicht, also Topfilm sind alle drei nicht bei mir, aber alle unterhaltsam. Und da würde ich den auch einfach mit einsortieren. Ja, also gerade durch die praktische Machart weiß dieser Film auf jeden Fall mehr zu punkten, wie wenn man ihn jetzt heutzutage gedreht hätte. Weil sind wir mal ehrlich, wenn man diesen Film jetzt 2024 machen würde, dann würde da der Alligator wahrscheinlich in 99 Prozent der Szenen am Computer entstehen und dadurch viel an Schauwert verlieren. Und so hat der Film seinen Flair, seinen Charme eben durch die Machart. Und das hat mir echt gut gefallen, wenn man dann eben mal so das Auge so schön inszeniert hat. Du siehst ja immer so dunkle Aufnahmen, wo du immer nur das Auge vom Krokodil siehst, wie es auf und wieder zugeht. So dieser böse Blick, das fand ich immer ganz besonders cool. Ja, also was so in Richtung Größe ist, das fand ich auch ein bisschen schwierig. Ich kann da auch ganz easy ein Auge zudrücken. Aber man hat halt häufig, um so ein bisschen die Immersion zu stärken, halt einen echten Alligator genommen. In Nahaufnahmen, das Auge, wie du schon sagtest, oder mal beim Schwimmen oder mal ein Bein. Und dann sah das schon deutlich anders aus, wenn man ihn in der Totalen gesehen hat und dann halt als mechatronische Puppe. Aber das hat mich auch jetzt nicht so gestört. Und was ich ja immer mag, man wird irgendwann belohnt. So wenn es bei Stang zum Beispiel losgeht und das Massaker im Garten da beginnt, ist es hier, wird man zum Beispiel belohnt mit der, auch einer Party von so Neureichen, glaube ich. Und da schnetzelt der sich ja auch mit den Mitteln, die er hat, auch ganz gut durch. Aber ja, er hätte vielleicht ein bisschen kürzer sein können. Ja, das stimmt schon. So ein bisschen, diese ganze typische, der Mann schnappt sich dann doch das junge Mädchen und bla bla bla, die Romanze. Das hätte man natürlich heutzutage ganz klar rauslassen können. Aber wir befinden uns Ende 70, Anfang 80, da kann das nicht wegbleiben. Das ist einfach so. Tatsache, das waren noch andere Zeiten, andere Sitten. Ja, absolut. Ja. Aber das war ja trotzdem ziemlich stimmig. Und ich finde es auch gut, dass man der Sache auch zwar ein bisschen zu viel Zeit, aber eben Zeit gegeben hat, um sich ein bisschen zu entwickeln und das Ganze auch ein bisschen zu erklären. Wie du gesagt hast, Krokodil ist nicht einfach mal da wegen Experiment, sondern nein, das Krokodil wird mitgenommen, es wird runtergespült, dies passiert. Das ist an sich schon nett gemacht. Und die Schauspieler, die wir hier haben, die machen ihre Arbeit auch ganz solide. Also da ist man gerade in der heutigen Zeit gleich daraus gewohnt in dem Dauber. Auf jeden Fall. Und viel schlimmer wäre, glaube ich, geworden, es gibt nämlich einen Drehbuchentwurf noch, der natürlich abgelehnt wurde. Da wäre nämlich passiert, dass der Alligator nicht durch irgendwelche wissenschaftlichen Hormonexperiment-Arreste sich so verändert hätte, sondern einfach durch Bier von der Brauerei. Hätte ich auch Lutzig gefunden. Okay, da sind wir wieder beim Bier. Also irgendwie... Ja, da sind wir wieder beim Bier. Aber haben wir zum Glück da nicht genommen, obwohl es funny wäre schon. Man kann die Story auch wirklich schlechter machen, weil eigentlich ist ja Teil zwei, den es davon gibt, fast das gleiche wie Teil eins eigentlich. Und der ist von der Story her deutlich dümmer und auch schlechter gemacht. Und der ist schon richtig gut. Also der hat coole Effekte und auch gerade eine gute Story. Und wie Werner auch gesagt hat, die Schauspieler machen da alle einen guten Job. Also alle in ihrem Rahmen teilweise auch, gerade die kleineren Rollen. Aber die Hauptrollen, die... Mein Gott, darum ist Robert Foster ja immer noch im Geschäft. Weil er kann das ja. Absolut. Und was ich... Das mag ich an diesen... Das ist auch sowas an diesen Creature-Feature-Filmen. Abgesehen, also wenn wir mit Sci-Fi arbeiten, ist das mit Creatures natürlich was anderes. Aber die... Wenn Tiere auf unserer Erde quasi sich irgendwie abnorm entwickeln, dann finde ich es immer geil und ich freue mich immer auf den Moment, wie so passiert das. Und hoffe immer ein bisschen, dass es halt nicht dumm ist, dass es halt nicht durch Bier passiert. Und deswegen fand ich das cool, dass... Dass man hier weiß, okay, es ist... Es liegt an der Forschung. Und in Stung weiß man, okay, es liegt einfach an richtig crazy Dünger. Also es muss krasser Dünger sein. Aber wenn es nicht allzu dumm ist, finde ich das immer cool und ich hab da immer gerne auch eine Erklärung. So. Und der Film hat halt eben auch eine ziemlich gute Stimmung. Also der Film lebt sehr von seiner Stimmung. Gerade wenn man dann halt eben da in der Kanalisation und im Dunkeln nach irgendetwas sucht und teilweise nicht will. Die Leute wissen, ja, was ist da los? Was ist da nicht los? Also atmosphärisch hat dieser Film definitiv was zu bieten. Also es war meiner Meinung nach einer der größten Stärken. Ja, und ich komme mich nochmal zurück zu dem Pärchen. Also ich freue mich schon, dass er seine Sexy Time gekriegt hat. Also ne? Er hat schon Haar, was ihm ausfällt, als hat er wenigstens die Frau gekriegt. Ja, stimmt. Und auch wir Movie Cannibals brauchen das ja so einmal pro Ausgabe. Da gehört das schon ein bisschen mit dazu. Also von dem her, Alibi, Sexszene dabei, sehr gut. Wobei wir natürlich eigentlich mit Piranha 3D das Ganze ja abgedeckt haben. Muss man auch sagen. Echt? Ja. Das wäre eigentlich so ein Reservefilm für Ende des Jahres, falls wir nicht genug davon bekommen haben. Aber so, jetzt habe ich wieder irgendeinen Quatsch erzählt. Ach ja, genau, doch. Die Gewalt. Das ist ja immer gerne meine Frage. Wie fandet ihr die Gewalt? Also einmal die Effekte und einmal auch den Gewaltgrad an sich. Ja, also Gewalt war jetzt hier nicht unbedingt der größte Pluspunkt, muss ich sagen. Das war mir persönlich ein bisschen zu wenig. Nicht so spektakulär, also nicht so übertrieben, dass es lustig ist. Gleichzeitig aber auch nicht so wenig und so bodenständig, dass es irgendwie ernst zu nehmen ist. Es war okay. Es hat seinen Zweck erfüllt. Aber einen bleibenden Eindruck hinterlässt der Splatter hier nicht. Diesmal leider. Ja, also es ist schon, eigentlich hast du dieses brachiale Gebiss halt von so einem Alligator und da hättest du schon ordentlich mehr mit anstellen können. Und da gerade doch nochmal ein paar Körperteile mehr irgendwie abreißen. Das machen sie alle ein bisschen weniger. Es ist aber halt immer sachdienlich dazu. Ich glaube, es ist auch realistischer. Wenn so ein Krokodil wird ja nicht aus Spaß, da einfach nur drei, vier Beine abreißen und dann zum nächsten gehen, sondern sich nur um die Person erstmal kümmern, bis sie halt tot ist oder er sein Futter hat. Und ja, ich glaube, der Film, ja, so wie man es sagen muss, trotzdem Horrorfilm, versucht ja, glaube ich, ein bisschen realistischer zu sein, als dass wir als Zuschauer gedacht hätten, ein bisschen mehr Spaß wäre schon, wenn er drei, vier Beine mehr abgerissen hätte und die einfach liegen gelassen hätte. Aber ich glaube, da ist ein bisschen mehr Realismus drin, leider. Ja, das stimmt. Wobei, man hat ja viel Blut gesehen und was ich immer auch geil fand, der hat ja mit seinem riesen Alligatorschwanz einfach weggeballert. So, das fand ich schön ordentlich wuchtig und wie er das Auto auch auseinandergenommen hat. Also man hat zumindest gesehen, was das Vieh für eine Kraft hat. Aber ich hätte mir auch gerne so ein bisschen, ein bisschen mehr, ja, zumindest vor der Kamera und nicht Off-Cam ein bisschen mehr gewünscht. Weil auch in den 80ern und Ende 70er, Anfang 80er geht das schon, ging das schon immer ganz gut. Aber auch zum Beispiel gerade die Szene, wo du das Auto ansprichst, wo der aus dem Boden da rauskommt, die fand ich aber auch schon stark. Wenn der Alligator aus dem Boden ausbricht da. Ja, ja. Ja. Für die Zeit. Ja, das war episch. Das ist auch, glaube ich, die Szene. Also das war schon richtig geil. Ich bin auf den Film tatsächlich auch aufmerksam geworden durch diese Szene. Ich aktiviere mal mein Gehirn kurz. Wie heißt denn auf Shudder diese geile Horror-Doku? Helft mir mal. Ah, In Search of Darkness. Danke, ich habe schon selber. Genau, ich habe nämlich angefangen, da ich seit ein paar Wochen Shudder-Account habe, diese Doku zu gucken. Und da haben die auch über den Film gesprochen. Und das war die Szene, die sie natürlich gezeigt haben, weil es auch um Effekte ging und so. Und die ist Hammer. Also die ist wirklich richtig geil gemacht, ja. Definitiv. 1980 oder 79. Also es ist wirklich top-notch. Ja, also das ist definitiv das Highlight des Films gewesen. Und auch etwas, was sich durchaus ein bisschen eingebrannt hat bei mir. Also da würde ich mir mehr sehen, diese Art wünschen. Generell, egal welches Tier oder Monster, ist es jetzt einfach mal so schön durch die Decke im wahrsten Sinne. Ja, gerade weil die so riesig auch dann immer vorkommen. Da ist sowas, so eine Wand durchbrechen, sieht immer schon geil aus im Film. Und das machen die zu wenig. Ja, das ist einfach so ein Symbol von Macht, des Schurken in Anführungsstrichen. Wenn irgendwie auch bei Slashern, wenn da einer, was weiß ich, Jason und Co. einfach durch die Wand bricht. So, nicht Glas, keine Scheiben, sondern wirklich einfach durch die Wand krachen. Ist natürlich bei einem Krokodil, das eine Straße aufreißt, nochmal ein bisschen krasser. Aber ja, sowas mag ich sehr gerne, dass man einfach die Wucht sieht und dann noch ein bisschen mehr Goa und dann ist die Sache schon geritzt. Ja, ich weiß ja nicht, ob die Zuschauer ihn gesehen haben, aber es gibt ja noch einen zweiten Teil davon, den Alligator, den Horror-Alligator. Ich weiß nicht, wer von euch beiden hat ihn gesehen? Nope. Ich hab ihn gesehen. Und liefert er das, was Till möchte? Nein, nein. Der ist halt wirklich dumm. Der ist halt wie so eine Serie aus den Spät-70er, Anfang-80er und hat auch einen Bösewicht, der drüber ist und die anderen machen auch irgendwie nichts. Der hat zwei schöne Frauenrollen. Er hat auch dann zwei Cops, die jetzt den Alligator jagen und dann zwischendurch dann nochmal ein Alligator-Jäger, der noch irgendwie dazukommt. Aber ey, nee, der ist halt funny, weil er so Klischee drüber ist. Auch genau zum Ende ist so schlimm. Es ist, eigentlich müssten die auch alle applaudieren, die um die herumstehen, dann wäre es noch schlimmer. Es ist, ja, nee, es ist halt deutlich ungeiler als der erste Teil, weil das Drehbuch deutlich schlechter ist und auch viele der Darsteller einfach nicht das Niveau haben von denen hier. Ein dritter Teil wäre geil, wirklich mit so einem richtig, richtig großen, wohnwagengroßen Alligator, da hätte ich Lust drauf. Gesteuert hat, ob er irgendwie, also, keine Ahnung, da ich meine, da wisst ihr wahrscheinlich auch nicht mehr als ich. Oder wo seht ihr das? War er ein Kostüm? Bitte? War er beim... Der Alligator, der hat ja so Szene, wo er gigantisch ist. Weiß nicht, war er da vielleicht irgendwie im Kostüm drunter und hat ihn gespielt für eine Sekunde? Ja, ich weiß es auch nicht. Oder hat er ins Mikrofon gebrüht? Ja, irgendwie sowas muss es sein. Auf jeden Fall ist Ken Hodder dabei und das finde ich crazy. Also, ich weiß, nur im zweiten spielt er mit. Da hat er aber auch nur so eine Nebenrolle. Da ist er bei diesem Wildlife, diesem Alligator-Jäger, da ist einer von der Truppe, die dann auch zerfetzt wird. Aber dass er beim ersten auch schon war, wusste ich noch gar nicht. Aber, ja, ich gehe davon aus, dass er irgendwie sowas da gemacht hat. Am Alligator halt vielleicht wirklich gesteuert. Ja, ja, denke ich auch. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, das war ja auch noch vor seiner Jason-Zeit. Wer weiß, welchen Posten er da hatte. Aber ich habe es nicht rausgefunden, leider. Ja, das sind meine zwei Cent zu Ken Hodder. Ich habe noch ein funny Funfact, klingt richtig dumm. Noch ein Fakt eigentlich dazu. Wie heißt der hier von Breaking Bad, der Hauptdarsteller? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Ganz berühmt. Brian Cranston. Brian Cranston. Der hat bei dem Film wohl auch mitgearbeitet, als irgendein Kiwi nebenbei. Das war eine ganz, ganz kleine Arbeit. Weil er dann immer erzählt hat, da hat er halt Robert Foster kennengelernt. Und ich sage mal, dass es das Hype war, weil ich habe nicht nochmal nachgeguckt, ob es wirklich war. Es war jetzt so faul, nochmal Blu-ray reinzuschmeißen. Aber ich glaube schon, dass die Quelle da schon verlässlich war. Ja, siehst du, wir haben in unseren kleinen Filmen unsere großen Stars. Das ist doch großartig. Ja, wir haben alle klein angefangen. Ja, allerdings. Ich musste mich auch erst bis zu dem Movie Cannibals hocharbeiten, weil ich Tele-Stand durch. Absolut. Und jetzt bist du ganz oben angekommen. Die Sperrspitze. Ja, absolute Sperrspitze. Eine Feuertaufe hast du hinter dir heute. Die Abrechnung werden die Zuschauer dir dann bringen, wenn es soweit ist, oder die Zuhörer. Also bis dahin halten wir die Spannung mal aufrecht, oder? Ich denke auch. Ich sage mal, es war okay. Man kann sich unterhalten. Man kann sich unterhalten, definitiv, ja. Nee, es macht ja immer Bock, wenn man irgendwie Leute findet, die auch nicht nur ein bisschen Ahnung haben, sondern auch richtig Bock auf dieses ganze Gekröse, was man hier teilweise bespricht. Heute hatten wir ja nichts Wildes, was Gekröse angeht. Aber es ist schön. Freut mich immer. Ja, definitiv. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber bevor wir zum Abschied kommen, würde ich sagen, ziehen wir nochmal kurz ein Fazit. Also, ich fand ihn okay. Nicht wirklich gut. Nicht sonderlich unterhaltsam. Aber etwas, das kann man sich einmal gut anschauen, das ist definitiv einen Blick wert. Gerade wenn man die alten Filme dieser Art mag, dann kann man dem Film definitiv was abgewinnen. Ist okay, aber kein Must-See. Ich stimme dir diesmal wieder auch wieder halb zu. Komisch heute. Weil ich würde das Mass-See vielleicht doch sogar dran setzen. Gerade für Leute, die sich wirklich in diesem Bereich sehr interessieren, im Genre-Bereich. Gerade was auch so den Tierhauer angeht, ist das ja doch schon eine frühe Speerspitze auf jeden Fall, den man sich dann mal anschauen sollte. Und der ist jetzt, glaube ich, mit 91 Minuten waren das, glaube ich, auch nicht wirklich so lang. Da kann man es schon aushalten. Und er macht schon mehr Spaß, als Leuten dabei zuzusehen, wie sie mit einer Krokodil-Handtasche oder Stiefeln rumlaufen. Also, ich muss schon sagen, ja doch. Er macht in diesem alterstümlichen Teil schon Spaß, weil er da ein bisschen cheesy für heutige Zeit rüberkommt. Bisschen oldschool. Wer damit sich unterhalten kann, sollte auch da. Da mache ich mal einen halben Daumenbruch auf jeden Fall. Aber ich werde die definitiv auch irgendwann nochmal gucken. Dafür hat es gereicht. Ja, sehr schön. Da gehe ich auch mit. Das ist so ein Film, den kann man sich dann nach ein paar Jahren mal wieder angucken. Das ist nicht so ein Ding, wo ich sage, okay, ich schmeiße mir den jetzt nochmal rein. Nach drei Wochen, so wie ich das, keine Ahnung, bei The Raid zum Beispiel machen kann, jetzt als Beispiel. Oder einen John Rambo gucke ich immer mal wieder gerne. Oder auch da den ersten Teil jetzt geguckt. Aber irgendwann, wenn man vielleicht auch so ein bisschen vergessen hat, was da los war, dann habe ich schon wieder ein bisschen Bock drauf. Ja, definitiv. Ich gebe den Daumen nach oben. Nicht, weil ich den ausgesucht habe, sondern weil der mich wirklich unterhalten hat. Ich hatte Spaß dran. Spaß ist, denke ich, das richtige Wort. Denn in Summe haben die Filme alle Spaß gemacht. Manche mehr, manche weniger. Aber schlecht war keiner von denen. Und Spaß hatte ich persönlich auch mit euch. War wieder eine richtig tolle Runde. Also danke an euch beide auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, gibt es noch etwas, was ihr loswerden möchtet in Bezug auf die Filme? Ich nicht. Ich habe nichts. Ihr solltet die natürlich alle gucken. Ich habe Bock auf die nächste Folge. Dann ist vielleicht, ich glaube, dann ist Sven wieder mit dabei. Mal gucken. Wir werden wahrscheinlich keine Termine zu viert finden. Das ist ein bisschen schwierig. Aber zu dritt werden wir es wohl schaffen. Wer dabei ist, weiß ich nicht. Und jetzt bin ich auch einfach ruhig und gib. Werner will noch was sagen, sonst würde ich jetzt einfach an Zero weitergeben für das Schlusswort. Aber dafür, dass es jetzt das erste Mal hier war, hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir. Du bist jederzeit wieder willkommen. Und keine Sorge, Sven, dich haben wir trotzdem immer noch lieb. Aber genug meinerseits. Danke an euch. Danke an die Zuhörer. Danke an die Filme. Ich überlasse euch das Wort. Macht's gut. Ja, dann übernehme ich jetzt einfach. Ja, genau. Ich sage Tschüss. Den Rest macht Zero. Dann bin ich raus. Ich darf das letzte Wort haben. Und lass mich natürlich nicht nehmen, natürlich noch Werbung zu machen. Wir haben noch viele weitere richtig coole Podcasts. Die könnt ihr auch mal sehen auf unserer Homepage. www.dertele-stammtisch.de Und wir haben auch einen Discord-Channel. Da macht's immer Spaß. Unterhalten wir uns natürlich mit unseren Zuhörenden. Schreiben auch jeden möglichen Kram rein. Da wird über Serien, Filme, über alles mögliche gesprochen. Über Comics natürlich auch. Da auch einfach gerne mal reinschauen. Und unseren Podcast könnt ihr eigentlich überall hören, wo es Likes gibt natürlich auch. Da sind wir nämlich auch vertreten. Insta und alles andere. Da auch immer schön reinfolgen, liken. Ihr kennt den ganzen Spaß, Leute. Ich möchte euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen, denn ihr müsst jetzt natürlich auf Insta demnächst gleich gehen. Und dann sage ich auch Tschüss. War mir eine Freude. Auf Wiederschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.